Wenn ich dich jetzt fragen würde, wann sollen unsere Zuhause, unsere Wohnungen hören? Was würdest du sagen? Für mich ist ganz klar, dass die Wohnungen und das Zuhause den Leuten gehören sollten, die dort wohnen und nicht irgendwelche Immobilienkonzerne, die an der Bahnhofstrasse, am Paradeplatz oder sogar an der Wall Street in New York sind. Ganz genau. Wir wissen ja, dass sich immer weniger für ein Wohneigentum leistet. Wir wissen, dass die Mieten dann explodieren, obwohl sie jetzt nicht sinken müssen. Wie erreichen wir denn das, dass die Wohnungen zuhause wieder den Leuten selber gehören? Da gibt es das wunderbare Konzept von gemeinnützigen Wohnungen, die den Genossenschaften gehören, beziehungsweise eben nicht den Genossenschaften, sondern all den Leuten, die dort wohnen. Ganz genau. Es gibt nämlich zwei Formen von legitimem und gescheitem Wohneigentum, das selbstbewohnte Eigentum. Und dann gibt es das sogenannte kollektive, selbstbewohnte Eigentum. Und das sind gemeinnützige Genossenschaften. Und darum, zweimal ja zu den Initiativen und bei der Stichfrage selbstverständlich für die Wohninitiative, weil das heisst, mehr Gemeinnützigkeit auf gewöhnliches Boden, was für alle ein Segen ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So. 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 So.